Sie sind hier, 10. Dezember 2018, 21.18 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern für Davy Frick und seinen FSV CK Wade 3 zu 0 Erfolg gegen Großaspach, ein kleiner Befreiungsschlag im Abstiegskampf, Vorheberrecht Getty Images am 18. Spieltag in der 3. Liga feiert der FSV CK einen wichtigen Sieg. Mit dem 3 zu 0 über die SG Sonnenhof Russaspach springen die Sachsen auf Rang 11. Der Fußball-Drittligist FSV CK hat sich zum Abschluss des 18. Spieltags etwas von den Abstiegsplätzen abgesetzt. Die Sachsen gewannen am Montagabend gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 3 zu 0, 1 zu 0 und rückten mit 22 Punkten vor auf den 11. Rang. Julius Reinhardt, 26. Niko Antonitsch, 66. und Ronny König, 80. erzielten die Treffer für den FSV. Großaspach musste die 3. Niederlage in Folge hinnehmen und ist als Tabellen-15 mit 19 Zählernpunkt gleich mit der Fortuna aus Köln, die sich auf dem 1. Abstiegsplatz befindet. Die 3. Liga im Sport 1 der TEN-CEN-TER Das Spiel im Überblick Schiedsrichter Markus Wollenweber Mönchengladbach Tore 1 zu 0 Reinhardt, 26. 2 zu 0 Antonitsch, 66. 3 zu 0 König, 80. Zuschauer 3679 Gelbe Karten Frick Reinhardt Gering von Sport-Informations-Dien